... ist vom Ausland zu reifen. So soll es ja gehen, was hast du denn geglaubt? Genau das ist ja das Problem. Weißt du, was soll er sagen? Na ja. Was soll es? Die meisten kommen als angesteckte Retour. Im Jahr September. September, Oktober werden wir wieder den nächsten Lockdown haben. Na ja, mein Gott. Wir waren dann Ende November, weil mitten November ist die Fotobörse. Die wird nicht angesagt werden. Die mögen wir anschauen. Die wird angesagt. Was schreit nicht, die verkaufen Filterglied um einen Euro. Kannst du alles aufzeichnen. Die wird sicherlich angesagt. Kann man es nicht aufzeichnen. Ich habe es ja. Aber du brauchst eine Woche. Ja, nächstes Jahr. Oh,â,â,â. So del... ... ... ... ... ...